Naja ich glaub schon ach da von rechts am Baum da rechts am Baum also ach das bist du ich bin das mein Gott alter ich hätte mal auf dich geschossen ich hab doch was jemand langlaufen sehen oh da hält das der Heli wieder oh ich hab irgendwo Schüsse ich bin das nicht klatsch schneller Scheiße der kommt wieder her kommt wieder her ich bin ja oben da oh nein er haut ab aber ich glaube auch die Wand damit wäre er drin Kacke das war unsere Chance ich bin erstmal wieder im Wald reingelaufen aus Angst vor den Schützen was macht der denn jetzt der fliegt da noch weiter ich weiß nicht vorher die Schüsse kam und die Schüsse aus dem Heli kam ne die die Schüsse kann die Familie kommen kann euch um vom Berg warte mal also ich sehe nur dich und mich und den Heli und den Typen noch ein Typen ja ok der Heli ist jetzt mal definitiv weg ich hör irgendwo meinen Schützen hier alter fuck man wie viele Zombies sind denn bitte hier bist du gerade beim Heli hier vorne ne ich bin am hinteren den Berg da hoch ich bin überlegen ob ich jetzt die Zombies da kaputt mache aber wer weiß ob der das da nicht schon alles ausgezogen hat wenn es überhaupt was zu holen gibt ich weiß es nicht weiß es ja ehrlich gesagt auch nicht aber warum würden die dann sowas hier hin machen wenn es da nichts zu holen gibt ich crouch da mal hin ja gerade vor Panik also von dem durch den Heli bin ich ja aus Panik erstmal schnell weggerannt wieder vom Heli weil ich ja nicht wusste ob der jetzt hier zu mir zurück kommt weil dann wär ich am Arsch gewesen wer sagt er für die Versammlung stehen die da nur oder machen die auch was zu einer läuft weg zu welchen die die Gestern gerade äh immer noch gerade auch wenn einfach auf der hinteren oder was ja kommt er nicht noch mal zurück zum vorderen ja ah wenn ich überleben ey so wie die da stehen könnte ich jetzt perfekt abknallen wirklich soll ich die Schilder in der Gruppe ey da könnte ich jetzt so was so draufknallen da liegt ne Leiche das war der Typ der da schon ausgestiegen ist nee die sind doch hier vorn ausgestiegen bei den vorderen nein die sind im hinteren ausgestiegen Alter ich hole mir die zum Mist jetzt da man ach das ist geil hier hinten ist eine von denen ist ne Waffe die sieht äh die ist gerade im Moment als sie den Schuss abfeuert das ist das Bild steht von der Waffe ey jetzt weiß ich auch warum wo die Schüsse hierher kann die Typ hat sie wahrscheinlich noch versucht zu wehren und dann auch mit Gäste ach gegen die Zombies ja ja ich hole mal eben schnell so ein noch ne Mund nein was auf dem Weg achso soll ich mal jetzt zu dir kommst im hinteren ja das wäre cool ey ich bin verwirklich was der Typ da noch hat nein ich wurde beschossen ja ich bin auch gerade beschossen von irgendwo ne doch nicht ich auch nicht ja nein ach 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 da ist er ich glaube da ist er kacke naja das ist das Zombie ich weiß nicht irgendwo auf jeden Fall sein naja ich werde dann erstmal nochmal Pause mach mit dem Aufnehmen werd mich dann vielleicht wieder zurück wenn ich wieder da bin ach das ist natürlich jetzt ärgerlich ach ich weiß wo der Zombie hingelaufen ist Alter das war ein Schuss man war wahrscheinlich Sniper ne ja das kann gut sein nein standest du standest du zur Stadt gewendet oder jetzt äh auf der anderen Seite abgewandt von der Stadt ich stand links von dem Heli war ich auf also was heißt stand ich also schon in Richtung der Stadt ja ok dann glaube ich kann ich mir vorstellen wo er ist ach kacke ich bin mir mal gespannt wo ich da jetzt spawnen ich habe dann steht jetzt auch keine Map mehr und sowas um als lustiger sie kann ich die Geist weit sehen ich sehe bloß hell in hellen Himmel ich sehe bloß alles weiß hier in der Welt ist irgendwie blöd wahrscheinlich weil die Sonne so hoch steht verdammt Mann hier hätte einfach die Zombies abknallt sollen wir den Typ noch schnappen müssen und ich so lange zögern sollen dann ich sehe die Zombies rennen wohin rennen sie denn ja die sind hier so ein klein weit stück renni dort rein aber so ist ich das mit dem Sound dass ich das gerade nicht so gut in Richtung einfach mal jetzt die Boxen zu Hilfe aus natürlich hatte ausrecht das richtige gewährt weiße womit man dieses Prozent den Körper sehen kann richtig ja dann hat er natürlich einfaches Spiel das kann natürlich auch gut sein weil dann würde er mich theoretisch jetzt eigentlich auch jetzt ohne Probleme snipern können aber ich glaube der rechnet nicht damit dass hier rechts noch einer ist aber mal kacke krautsche 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 war die der Himmel auch so weiß was also so übertrieben hell richtig ehrlich gesagt habe ich da gar nicht drauf geachtet bei mir ist er so richtig hell das war jetzt natürlich der Fehler dass ich so gezögert habe gerade eigentlich ich hätte einfach schnell machen müssen aber ich schaue mich jetzt trotzdem nochmal in die Richtung dahin ich probiere es einfach mal vielleicht siehst du den Typen ja er kann sich um schöne Größe von mir ausrichten ja ich werde es probieren ich weiß wo ich lang gehe ich gehe mal hinten ich krieg mal hinter den Steinen lang dann kann er mich nicht so einfach abschießen komm alles oder nichts jetzt bist du gecroucht ja oh mein Gott da stehe ich ja nicht wirklich gerade sicher wenn er dich zwischen den Zombies sogar noch tötet wir können ja auch immer so lange Spiele bei DayZ bis wir gestorben sind weißt du so quasi als Season und dann zack ah wenn wir gestorben sind nächste Season dann wäre ich ja jetzt schon in diesen 3 oder so ich wäre ja in ich weiß gar nicht welcher wäre ich denn 2? auch? 2, 3? ich bin glaub ich jetzt in 2 wäre ich glaub ich in 2 oder bin ich noch in der ersten? nee so ach keine Ahnung okay ne ach gerade und germ herrlich es wird sich dann nicht einfach um die zu mir zu geknallt hat heute ist das wahrscheinlich anders aus gesehen hier ist oder her presen müssen ist warum die letzte immer noch die Ladezeilen sind die echt brutal sind aber vielleicht habe ich jetzt Glück und finde ich wie ein Auto oder ein Fahrrad oder irgendwie so weit wo ist jetzt der Heli den ich sehe den Heli irgendwie gar nicht bei mir kann gar nicht so weit gucken weil der Himmel bei mir so hell ist es deswegen sich die anderen Heli klar ich habe bloß die Zombies vorm gesehen z Mann Eich ich hatte so viel Scheißen Mut Munizio und so was ergeben Prozent und das Drecksding der Thema noch mit wahnsinnig kann ich auch gut sein dass er jetzt tot ist ich habe so ein bisschen gehofft dass ich irgendwie erst so kurz bewusstlos bin oder sowas und mich noch verarzten könnte vielleicht aber er hat dich ja sofort mit einem Schuss niedergestreckt ja da ich hätte noch kurz die sind zu diesen Ladebalken weiße und dann naja okay da ist der andere Heli wo ist denn jetzt der andere hallo ich will weiterspielen ach geht doch meine Fresse set up completed please wait wo ist denn der andere hin da hat sie mal wo ich bin elektro Prozent keine Ahnung mehr ich bin da wo der Heli jetzt gerade auf die Zoll Oh mein Gott er sagt er ist ledig ja das glaube ich ich schreibe immer an von einem der Zombies der hat mich aber gar nicht das komische ist auf einmal das ist so ruhig aus glaube ich gar nicht mehr da es ist ein Typ der heißt HB und die Wichtete nur auf einer Stelle also um und um zwei Uhr ist es wird er sich bleiben Prozent das ist ein toller Back ich kann nicht sehen jetzt ist fertig weil man kann hier nicht mehr ganz einfach unterholen der Welt ja normalerweise schon okay dann freuen sich auf jeden Fall nicht beim Heli so wenigstens richtig sehen können so gut da bin ich dann auch wieder mein Bild nicht ohne Waffen und ohne jegliche da jetzt habe ich schon einen hinter mir wenn du möchtest kann ich versuchen dir entgegenzukommen ja ich muss das mal wissen wo ich bin ich was das heißt ich muss muss wieder hier mein Menü anmachen ich muss man braucht die Mark ich brauche mal die Karte also das Wasser muss man für einen Fall links vor mir sein, davon gehe ich jetzt mal aus da könnte ich mal kurz hingehen, mal gucken ob es da was gibt weiß wer wo du bist, nur mal so ne Frage am Rande am Wasser Wasser das ist gut da könnte ich einen Zaun mitbauen, brauche ich nicht aaaah, Zombie hau ab alter, verpisst euch ich laufe hinter dir, hiiii also ich könnte gerne versuchen zur Küste zu kommen, ist bloß ein bisschen weiter Weg ja, das könntest du jetzt mal versuchen du musst mir bloß sagen, wo du bist das wäre für mich vorteilhaft ich kann erstmal Richtung Süden laufen ich laufe erst mal vor den Zombie hier weg und hoffe, dass ich irgendwann mal was zu banagieren und sowas alles finde so, ich hoffe, ich glaube es richtig so, wo laufe ich denn jetzt grad hier hin da ist ja die Brücke so, ne, oder? ne, doch nicht dann war ich schon auf dem Westfeld laufen, so wie es gehört richtig ich hoffe, du gehst dich auch noch drauf, weil das wäre natürlich dann richtig ich laufe jetzt eben halt jetzt zu dir, ne, also ich versuche es Richtung Süden zu laufen ohne Map, das ist richtig kacke deswegen mein selbes Team, ne da kann ich immer diese Webbrowser-Map nen öffnen ja ich kann man auch nicht weiter, wenn man nicht weiß, wo genau man jetzt ist ah, irgendwie irgendwie hat der Server irgendwie solche Einstellungen, dass ich keine Ahnung, dass ich über zu wenig Frames plus hab versuche es das